Hi again. Erstmal wünsche ich euch allen Freu Oster. Damit sich der Osterschenkel nicht anlegt, hoher Steak, haben wir das nächste Video für euch bereit. Captain Sebastian Kekle zeigt euch, dass Training auch lustig sein kann. Seine Übungen. Stehnsprung, Kniebeugen und Mountainklamm. Macht jede Übung 3x10 Wiederholungen und mit 20 Sekunden Pause dazwischen. Viel Spaß bei mitmachen. Stay healthy, stay fit und bis zum nächsten Mal. Hallo liebe Ganas Nachwuchsspieler, ich werde euch heute die Corona Zeit ein bisschen versüßen und werde euch drei Sportübungen zeigen, die ihr einfach ganz normal ausführen könnt oder auch in euren Alltag einbinden könnt. Ich werde euch da jeweils zwei Varianten vorführen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich weiß, die Zeit ist jetzt schon sehr lang, sehr zart auch für mich, aber ich hoffe, dass es bald vorbei geht und dass wir uns dann bald in der Halle wieder sehen und gemeinsam trainieren können. Also mal Übung 1 sind ganz normale Kniebeugen. Schauen, dass eure Knie nicht über eure Zehen nach vorne gehen und den Hintern, so weit es geht nach unten. So, jetzt haben wir die zweite Variante von unseren Kniebeugen. Ich glaube, jeder von uns muss mindestens fünf Mal am Tag aufs Klo und da kann man jedes Mal fünf Kniebeugen dabei machen. Und ich glaube, das tut jedem gut. Übung 2 haben wir den sogenannten Sternsprung. Da bin ich selber jetzt nicht der Profi dafür, aber ich werde ihn euch vorführen. So, und jetzt sind wir bei der Alternativvariante für den Sternsprung. Ich glaube, ein paar Basketballer auch im Nachwuchs sind schon relativ groß gewachsen und die können da auch mithelfen. Mit einem Putzwedel oder Putzfetzen einfach den Sternsprung machen und dann im Kassel mithelfen auszuwischen. Dann fangen wir wieder an. Übung 3, das sind die Mountain Climbers, die wir auch schon beim Chasing gesehen haben. Da gehen wir mal in eine Stiftsposition. Strecken popst du ein bisschen in die Höhe und dann fangen wir an abwechselnd ein Knie zum jeweils gleichen Ellbogen zu ziehen. Und dann kann man dann verschiedene Varianten machen. Entweder so schnell man kann oder langsam und vorne halten oder abwechselnd langsam schnell. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei, dass er ein bisschen aus der Puste kommt. So, jetzt sind wir bei der zweiten Variante von den Mountain Climbers. Wenn ihr den Eltern ein bisschen im Haushalt helfen wollt, dann kann man ihnen so ein bisschen beim Aufwischen behilflich sein. Boden anfeuchten mit einem Putzmittel und dann geht's schon los. So, das waren meine drei Übungen, die ihr einfach so machen könnt oder mit einer Haushaltsarbeit verbunden. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt euch sportlich betätigt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem Gunners Match oder bei irgendeinem Gunners Fest. Let's go Gunners!